Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Tutorial von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr Muzzle Flashes anwenden könnt. Muzzle Flashes sind Schusseffekte und auch Schussfeuer halt, ja. Dazu habe ich jetzt etwas vorbereitet, ein Video. Ich lasse mal laufen. Nichts besonderes. Eine Plastikpistole, mit der ich sinnlos durch die Gegend... Naja, okay, jetzt zur Bearbeitung. Dazu erstellen wir zwei neue Video-Ebenen. Und ich stelle euch etwas in die Beschreibung, das könnt ihr euch downloaden. Ein Muzzle Flash. Da gibt es viele Muzzle Flash, aber ich kann euch nur ein Muzzle Flash zum Download stellen. Wenn ihr mehr wollt, müsst ihr euch Action Essentials kaufen. Ja, wenn ihr... Ich stelle nochmal einen Link für Action Essentials rein. Also jetzt nehmen wir einen schlichteren... Äh... Automatic Fire 3. Sieht doch ganz gut aus. Ja, jetzt natürlich überblendet er mein anderes Video. Um das jetzt zu entfernen, gehen wir auf VideoFX, Channel Chroma Keyer, blauer Bildschirm und ziehen es einfach drauf. Jetzt machen wir hier Farbe schwarz und ihr seht, es passiert etwas. Jetzt sieht das natürlich nicht mehr so realistisch aus, wenn man es nur so hat. Jetzt müssen wir hier noch etwas einstellen. Dazu machen wir das. Niedriger Grenzwert 0,055. Hoher Grenzwert auf 0,0,7 und Schärfe auf 0,25. So müsste es dann passen. Jetzt einfach X. Jetzt müsst ihr euch die Stelle finden, in der ihr schießt. Dazu mit der Pfeiltaste einfach nach vorne bewegen. Schuss. Genau, hier fange ich an zu schießen. Jetzt klicken wir hier auf dieses Viereck, das Anpassungssymbol. Jetzt sind wir hier, machen wir... Ja, verändern wir die Größe des Maslow Flashes, passen es an, drehen es. Also hier, je nach Video müsst ihr es halt einstellen, dass es aus der Waffe schießt. Wenn wir Shift halten, können wir es leichter verschieben. Jetzt gehen wir hier ein Stück vor. Und ziehen es natürlich nach, weil sonst passt es nicht mehr. Ja, das machen wir jetzt über das ganze Video, in dem Teil, wo wir schießen halt. Je nach Länge braucht ihr natürlich mehr Zeit. Ich mache es jetzt schnell, damit... Ja, das macht ihr halt über das ganze Video. Das ist jetzt noch keine große Sache. Schnell gemacht. So, das war's. So, jetzt wollen wir die Farbe etwas effektiver machen. Dazu gehen wir auf Video Effects, ganz runder. Weicher Kontrast. Hier wählen wir warme wie Gnette. Ziehen es rein. Jetzt auf Kontrast ziehen wir ganz runter auf 0. Steckbereich etwas höher auf 56, ungefähr so rund. Kontrast könnt ihr eigentlich selbst entscheiden, wie es lieber haben wollt. Ich stelle es jetzt einfach auf 30,32. Verbreitung, das stelle ich auf 0. Dunkler Trim, auf 0. Heller Trim, auf 100. Tönung lässt ihr am besten, weil sonst ist der Kontrast etwas zu stark. Naja, je nach Bedürfnis, ihr könnt es natürlich machen. Ich hause jetzt einfach auf 50. So, jetzt nehmen wir hier Start, Burst, 4-fach Punkt. Machen es auf den Muzzle Flash. Ja, und jetzt gehen wir auf Grenzwert. Etwas höher. Auf 90. Helligkeit. Je nach Bedarf. Ich hause jetzt auf 500, ungefähr. Stärke auf 80. Also rund 80. Radius. Können wir etwas größer machen. Punkte. Machen wir auf 6. Helligkeit noch ein Stück höher. Strahlen aus Mitte. Etwas höher. Also auf 60. Orientierung. Das ist jetzt, also die drehen sich. Hier ziehen wir jetzt diese Timeline aufs Ende. Machen Orientierung auf 350. Jetzt sieht das so aus. Na, jetzt hängt's. So, das war's vom Tutorial. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich glaube nicht, was ich dort sehe. Menschen brechen Herzen ohne überlegen. Doch jeder wünscht sich im Leben, dass... zuerst.